Und damit begrüße ich euch herzlich zu Gears of War 1, richtig, Part 20! Wir sind nicht herrlich. Wir haben jetzt Part 20 erreicht und das ist das, was eigentlich zu einem Weltjubelschrei hätte ausbrechen müssen soll. Nein, Quatsch. Part 20 ist schon geil. Wir sind da eigentlich angekommen. Und ich würde jetzt sagen, machen wir dann weiter in den Keller zu gehen. Mal schauen, was da passiert. So, Türchen aufmachen. Also, weiter in den Untergrund in den Keller. Nee. Stückchen. Wenig. Ach, komm. Kriegen wir noch hin. Hinne. So. Perfekte Grande. Äh. Wir sind aber nicht allein. Nein. Oh, nein, nein, nein. Ich wollte einfach euch überraschen. Das habe ich letztes Mal auch schon verpackt. Äh, verpackt. Zack. Und Schlitz. Geht doch. Ein bisschen Schmodder. Macht nix. Kann ich jetzt nehmen? Das kannst du nicht nehmen. Egal. Und doch. Wir sind, glaube ich, nicht alleine. Hey, alles sauber hier draußen. Verdammt. Halt die Klappe da oben. Oh, oh. Sorry, Baby. Hier. Es beten wir weiter. Wir können nichts dagegen tun. Los, weiter. Ja, ja. Mir gefällt es überhaupt nicht. Aber trotzdem. Schöne Weingeller. Da fangen alle eine gute Sammlung, ne? Oh. Was haben wir denn hier? Schaffst du jetzt ein Gewehr? Mäu aber nicht. Hier auf der anderen Seite was? Hier rumkaspern. Äh, gleiche Weg. Nur in Grün. Ja. Dann mal weg hier. Kommt man eigentlich direkt gerade aus. Ich weiß ja, wo die Tür ist. Habe ich natürlich vorher mal gefunden. Verstanden. So. Bisschen Muni genommen. Das ist ja klar. Dann ist hier die Tür. Weil, die hat die einzige... Weinflaschen. Deswegen. Hier. Zack. Mal drehen. War schon. Ich glaube, wir sind da. Lü? Ah ja. Zack. Geht nicht. Jack, mach die Tür auf. Hey, Alter. Bist oft unsichtbar, oder? So, und wie es so schön ist, wenn Jack kommt, heißt das Schützen. Oh, fuck it. Oh, what the fuck it. Komm. Komm, komm. Ihr verdammten Locust. Komm, zeig dich. What the fuck. Ah, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Ey, Alter. Ach, da verstand sich auch noch einer. Mensch, schön. Alle sterben. Also, ihr stirbt. Wir nicht. Na, komm her. Komm her, nochmal. Zack. Feierabend. Der nächste. Auf der Abschussliste. Na, gut. Äh, hallo. Ich hier. Du darfst dich auch melden. Ja, war wohl nix. Geht doch. Markus, sie ist offen. Stell die Muni mit. Munition. Jetzt kann ich langsam zurück turnen. Zur Tür. Das kann man. Ja, ich weiß. Auch nix drin. Dachte, vielleicht ist doch ne Hundemark hier versteckt. Ja. Das sind's. Das sind's. Ja. 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 Gleich habe ich die Daten. Stand by. Anja, was ist das hier? Das sind Locustunnel. Das ist doch nicht möglich. Das können doch nicht so viele sein. Das ist eine Bienenwabe. Der ganze Planet ist davon durchzogen. Sie sind überall. Ich nehme an, wir haben jetzt genug Daten gesammelt? Mehr als genug. Dann nichts wie raus hier. Anja, lad die Daten herunter. Geht nicht. Die Dateien sind einfach zu groß. Dann nehmen wir sie mit. Jack, lad die Daten herunter. Okay, aber das kann nicht was dauern. Äh, Leute, da oben ist immer noch Krieg. Sofort hochkommen, verstanden? Wo seid ihr? Vor dem Haus. Erster Stock, schnell. Schon unterwegs. Halt uns über Jack auf dem Laufenden. Oh, das heißt nichts Gutes. Und wir sollten echt die Beine in der Hand nehmen. Gucken, dass er runter ist. Nein, Nickes. Oh, 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 oh. Das habe ich schon gedacht. Kriecher. Aber natürlich nicht die Letzte. Wir sind im ersten Stock. Brauchen Verstärkung. Gleich unterwegs. Ach, die haben ihren Spaß. Wow. Damit hätten wir nicht gerechnet, Meister, wa? So, machen wir die Kettensäge an. Erwischen, aber das ist ein Zufall. Alles, Klerze. Wort. Kriecher. Kriecher. Metzl, Metzl. Metzl. So. Er kommt zu lang. Der kippt fast ab. Oh. 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 Der tut es aber zu viel. Der kippt noch. Schlitzen. Metz, meiner, mehr. Zwei hört noch Spaß ab. So. Oh, Gott. Du bist so Kultner. Oh, hier. Guckt mal. Er hat gefunden. Ich habe mich herumgeschnitzelt. Aber schon 25. Weil ich meine, wir haben es viele schon gemacht. Bin unterwegs. Bin unterwegs. Hier, oder wohl, doch. Da, da war ich. Ah, direkt eins da. Räuft man das an. Ja, versteckte sich sogar unter den Möbeln. Zack. Was versteckt ist? Nein. Bisschen Sessel. Auch nicht. Ich guck da jetzt lieber nochmal nach. Frack-Granaten. Nimm mal mit. Stark. Das war euch nicht so problematisch. Genau. Denn da kann sich ja kaum was verstecken. Mensch. 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 Oh, what the fuck. Mensch. Mensch. Sieh mal, wer da kommt. Die Lokos sind draußen. Ja. Woo. Komm schon, Baby. Cole und ich passen auf den Panzer auf. Ihr wartet auf Jack. Lasst sie nicht ins Haus. Na super. Ah, ich lasse sie aber ins Haus. Das habe ich beim letzten Mal auch so gemacht. Halte sie dann so auf. Rosan. Tür öffnen. Oh, bitteschön. Das ist mir so viel einfacher als vom Haus. Super lang. Komm, mach. Der Kühl hat die Tode. Wow, jetzt geil. So. Was bewegt dein Hintern hierhin? Wichtig. Ja. Ich hab's erwischt. Alles klar. Weiter. Und ciao. Nein. Da hab ich mich ja so gut angestellt und bin jetzt abgekackt. Ich könnte echt ins Essen brechen. Fuck it. Sieh mal, wer da kommt. Ja, kann man das nicht wegdrücken? Ja, Mann. So, Knauze. Ja. Direkt tot, weil ich direkt so gut am Anfang erwischt worden bin, ey. Hammer. Könnte echt mich übergeben. Sieh mal, wer da kommt. Muss ja auch kommen. So, raus damit. Trick, hör. Der ist vollkommen lang. Und weiter. Wacht. Wacht. Ah, nein, klar. Ja, super. Weiß nicht, ob das was genützt hat, aber... Ich versuch's mal. Okay. War mal gespannt. Ich konnte aber jetzt, wo ich draußen ne Menge aufhalten. Verdammt. Jupp. Komm, bleib schnell da. Komm. Trau dich. Dachte ich mir schon. Könnte jetzt platzen. Aber nicht hier. Da. So. Boomer. Von Bogenschützentüfen. Wow. Boomer, muss ich da jetzt aufpassen. Erwischen. Zack. Ja, ungepoppt auf jeden Fall. So, du Vogel dahinten. Habe ich jetzt auch. Ich gehört. So, du bist platt. Da war aber noch ein Kollege. Ich kann nicht zielen. Mehr Locust hinterm Haus. Bin unterwegs. Müssen jetzt aber ganz schön schnell gleich verschwinden. Ich will aber erstmal nochmal die Muni. Den Bogenschützen heilen. Auf jeden Fall die Muni haben. Ganz schnell. Und dann würde ich sagen. Abgang. So. Hier. Hinterm Haus, hat er gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe. Kann sein, dass dieses sogenannte Hinterm Haus hier ist. Also, irgendwo hier. Das ist der Keller, ne? Oder nicht? Oder doch? Oder weißt du sonst was? Machen wir erstmal hier kaputt. Wer hier ist hinterm Haus? Kaputt. Machen wir hier kaputt. Schnell schauen, ob was drunter ist. Bevor ich erstmal da durchgehe. Erstmal hier oben um. Olli. So, zerstören. Zacken. 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 Und dort was abheben. Scheint ist hier nichts. Hier ist noch ein bisschen Muni. Hier ist Muni. Hier ist Muni. Und, es gibt Gründe an. Oh. Irgendwann vielleicht zu. Was? Alter, ich hab doch genau da... Ey, das ist jetzt scheiße ungefähr. Da hab ich doch richtig nichts hier. Meine Fresse. Boah, ist das jetzt kacke. Ja. Sauber. Oh, er könnte jetzt zerbrechen. Oh. Da könnte ich jetzt wirklich kotzen. So. Wo ist der eine? Da beschickt er sich. So, jetzt steht das noch zu. Ich glaub, das muss ich hier freischießen. Die Balken hier. Ja, durch unten. Na, so ballert. Ja, hoffen. Propangas schießen können, aber... Nee. So. Frackgranaten. Habt ihr übersehen? Ja. Hab sie. Wenstens zwei. Ist gut. Munition. Hier runter. Da die Muni aufsammeln. War hier noch Muni? Nee. Gut. Wir gehen dann durch diese Tür. Aber das erst in der nächsten Folge zu Gears of War. Also, bleibt dran. Ja, jetzt drinnen die Locusts aber verdammt viel auf. Und wir müssen schleunigst da von der Hütte weg. Denn schließlich, äh, will man uns ja tot sehen. Nicht nur, dass der Panzer vor der Tür ist. Auch die ganzen Locust-Horden. Aber die werden wir schaffen. Das alles aber erst in der nächsten Folge zu Gears of War. Ja. Ja. Nee. Ja. 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 Untertitelung. BR 2018